Irgendwie der Bossweiß, Digga Junge, was hab ich überhaupt gespitzt hat der Alter Hier, hier, willst du mal abbeißen, Alter Kannst du den Tanz? Oh, ja, Digga, ja Ich hasse den Tanz, Mann Ich hab meinen Cousin Den hier hat gar keiner hier, Alter Der hat meinen Cousin Oh, Jonas, 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 guck dir das an, Alter Jawoll Tanz, 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 Digga Ich bin einfach so draufgegangen, gell? Ohne irgendwas Das ist der zweite Teil, gell? Nur zur Info Das ist eine andere Map jetzt diesmal Ich hab jemand woher? Ja, gerne Ja, gerne Geil Geil Die Map ist etwas komplizierter, gell, als die andere Wo ist die Zone, Digga? Äh, das weiß ich selber nicht, Leute Ja, da müssen wir die Runde halt raten Ja, da müssen wir die Runde halt raten Ah, hier ist ja der Dünenpark, Nils Lustig Wie communication ist hier Was ist das? bist du zufrieden, oder? Ich hab einen flieg, Egal Ich habe noch einen Mixspieler Ich habe dich etwas auf Chinesisch Ja, da muss ich jetzt die ransom Lass mich zusammen Dass ich Egal Down? Sogebe wirklich, dass du schläfst, wie du sagst. Hör auf, Junge! Down? Ja. Was ist los online, ne? Naja, ich weiß, der ist auch bei uns in der Lobby drin. Hältst du auf den weiteren Spielen? Nein! Oh mein Gott! Okay, nee, zurück zu gehen. Das musst du zu gehen. Junge, hör mal auf mit den Scheißlingern zu werfen die ganze Zeit. Habe ich gestern schon drüber aufgeregelt. Entweder du hörst auf oder ich gehe raus. Ja, okay, ich auch. Aber das Ding, ich habe mich zweimal selber auch von diesen Dingern kippen lassen. Ja, es ist selbst spult alt. Ach so, das war klar, Bruder. Wobei, Junge. Äh, Ehren, Junge. Ja, mach richtig auf Ernst, Junge. Halt, ich konnte noch nie endlich Milzen raus. Ich mach mir dann gleich was zu essen, Alter. Ich schwör, dass ich war gut. Hey, chill, chill, chill. Leute, kommt mal alle in den Spielkanal. Ach so, ja. Wo ist die denn endlich Munition? Wo ist... Nils? Ja. Ja. Ja, ja, gut. Ist dein Kollege auch drin, der jetzt gerade drin ist? Ja, ja. Nee, der... Flo, antworte mir manchmal. Flo, hallo. Gut, dann starte jetzt einfach. Okay. Okay. Erklären, wie es geht. Ich glaub bestimmt, der den Bug, den der Lettys auch hatte. Welch Bug? Ja, den zeig ich mit dem Spiel, der kam in dein Logo und dann konnte er entstehen und musste der S-Fahrt manchmal starten. Ach so, yo, ja, kennt man's so gut, die ganze Kacke, Alter. Das ist so nervig. Das ist nur bei Xbox so. Nö, auch Blazy. Das hatte der Yunus letztmal auch. Echt? Ja, der Yunus hatte das letztmal auch. Was? Der Yunus war zum Torne. Das weiß ich jetzt wieder ein Ficht. Ah, ich glaub, das ist letztendlich ein Tor. So ein Kevin-Dick. Ich hab die Zone nicht eingestellt, tut mir leid. Ah, Kevin. Kauze einfach. Auf welcher Spaß, die hat jetzt die scheiß Pistole, Junge. Was? Die Pistole, die gut versteckt, Digga. Yunge, wer war das? Junge, er sieht mich einfach nicht, obwohl... Wo ist die Zone? Da, wo du nicht bist. Wo ist die Rifflinger Tor? Wo ist die Rifflinger Tor? Ja, Rifflinger Tor, genau. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Ähm, pass auf, das ist ja jetzt ne andere Map. Du kannst, wenn du unten beim Bahnhof bist, unten im Untergrund, ist überall ein Riff zur nächsten Station. Ja, zur nächsten Station. Gibt's einmal ne Station. Ja, ich hab's gefunden. Gibt's einmal ein Riff zur Yunus-Zentrum, zu Dune Park, Barz Clay... Ihr müsst euch einfach nur die Reihenfolge merken, sagen wir's so... Ja, das muss so gelb Ding sein. Ja, das ist ein Opfer und macht den Yunus wie immer. Ich glaub, Flo hat den Bach... Ja... Ne, du kennst mich doch... Ich... 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 Schau, was ich mach, Digga... Ah, ich hab' den, ich hab' den, ich hab' den, ich hab' den, ähm, Flo geholt. Sind alle Sendinger tot, oder was? Ne, bin ich nicht. Nein, ich hab' den schon. Digga! Eee, yo, Digga, Halsmaul! Der Bossfight, Digga! Der Bossfight! Eee, du bist so ein Arztacker, ne? Ich fick' deine Erde, Alter! Oh mein Gott, ich hab' den so lieben, so lieben. Der hat 60 Leben. Ähm... Was ist das eigentlich für eine Pistole, wo du in der Hand hast, der, gell? Also, dabei hast du, ja, genau. Ah, Leute. Äh, Sendinger Tor, da sind wir, wo ist die Sohn, Yunus? Ja, die Sohn ist doch Yunus der Tor. Du bist so ein Opfer, ganz ehrlich. Entschuldigung, ich wusste selber nicht. Entschuldigung, ich wusste selber nicht. Dann lass mich immer noch... Dann lass mich immer noch rauskommen, okay? Ja. Hoffe ich für dich, Alter. Nein! Er trifft kein Tust in der Tommy Gun. Das ist was wieder komplett. Ach, du heuliger, wo ist der? Gott, du's mir! Boah! Ganz ehrlich, du bist so ein Wichsler, ganz ehrlich. Hey, tut mir echt leid, ich wusste selber nicht Positionen. Das hab' ich auch erst gecheckt und so als Ding, das kam. Merk dir doch mal was. Merk dir doch mal was. Ich hab' dich so nicht verletztiert. Weißt du, lass mal... Letztes... Letztes Mal bei der E-Mail. Gestern oder vorgestern schon. Und heute noch mal, Digga. Tut mir leid, man. Ich hoffe schon, wir lassen hier. Kommt die Sauen hin! Sandlinger Tor. Das Ding ist... Ich hab' sie nicht platziert gerade. Wir sind reingekommen und hab' direkt gestartet. Ich weiß nicht, wo ich das letzte Mal platziert hab. Als ob ich mir das merke, wo ich das letzte Mal platziert hab. Ich hab' nur mal geschrieben, bevor der den wach hat. Alles klar. Ach so, wer ist denn das? Ah, das ist dein Bruder. Oh, tschüss! Der macht ernst, Digga! Der macht ernst! Der macht ernst! Der macht ernst! Jonas, du hast Flo getötet. Ja. Ach so? Der war genauso schlecht wie sein Bruder. Sag ihm das mal ins Gesicht, Digga! Digga, und dir das ist die Süße. Der haut die Sohaut auf die Spresse. Fock, ist er mich? Ich kenn' ihn persönlich. Ich kenn' ihn persönlich. Ich kenn' ihn persönlich. Ich kenn' ihn persönlich, das solltest du lieber nicht machen. Ja, okay Digga. Junge, ich schwöre, man. Jetzt hör' auf, da oben zu gammeln. Das bringt mich Ente auf. Oh, fuck, man! Die Nate! Die Nate war echt den Soho! Die erste Nate war halt so geil, Digga. Wenn ich spawnen kann ich nicht, oder? Ah, die waren ein bisschen zu weit, Junge. Aber die erste Nate war einfach die. Halt, komm her. Halt, komm her. Was? Was? Ich seh' dich besser als du, Michi. Was red' ich dir dazu? Kleiner. Ach du Scheiße. Ja. Das war dumm von mir geplant. Das war so dumm von mir geplant, Wallah. Ach dir. Oh, okay. Gott sei Dank war die Tür hier. Jetzt wär' ich jetzt gestorben, man. Nichts? Ja. Ich hab' neugestartet. Ja. Alles klar. Hoffentlich kommt der noch mal rein, Alter. Ja, klar, klar, klar. Ja, klar, klar. Los, cool drauf. Ja, ist cool. Was machst du, Junis? Ja, Digga, so kommst du, äh, äh, du musst Station nach Station machen, Digga. Ja, Station nach Station. Ja. Ja. Junis, pliegt doch noch mal. Aber ich glaub' ich verkackert, ey Digga. Junis, pliegt doch mal. Äh, ich glaub' das war's mit dir. Ja. Ich hab' das LNG und Splat. Ich kann's nicht wiederholen. Bossfight. Ah, ja. Wie der Bossfight wieder. Gleich sind Jakke, wer hat der Bossfight, Digga. Der Bosskampf. Junis, wie Jonas das sagt, weil ich schwör' zu lustig war. Bosskampf. Oha, Digga. Da holt sich der Boss, Digga. Der Boss. Oha, der aller echte Boss. Oha. Ist der den Orden verdient, Digga? Oder die Bestellenträger? Bosskampf. Er hat den Orden verdient. Oder wie das doch immer hält. Den besten Sport, den es jemals hat. Nein, nein, das ist doch. Okay, weißt du was, Nils? Wenn's den besten Sport ist... Oder Flo ist jetzt oft gesagt. Ah, nee, ich dachte. Er ist jetzt wieder da. Ja, ich hab's gesehen. Nein. Doch. Der Bossfight ist immer am Schloss, Digga. Ist der drin? Also sollen wir noch auf ihn warten, bis er reinkommt. Junis, komm wieder, komm in den Gruppenkanal. Ach so. Junis, komm in den Gruppenkanal. Okay. Meine Jungs. Moin. Moin. Hast du noch mal was vom Peach gehört? Nö, aber ich war morgen dahin. Und wenn du nicht die Tür aufmacht, dreht sich um die Tür ein. Oh Mann, Alter. Das ist... Habt ihr Strecken. Was ist Flo? Kannst mitkommen. Gerne, Digga. Ganz ehrlich. Mich packen. Mich pisst selber. Ich brauch die Kohle so langsam. Ganz ehrlich. Und wenn du morgen nicht die Tür aufmacht, dreht sich um die Tür ein. Auf jeden Fall. Oh Mann, was hast du denn jetzt geändert? Nö. Was ist denn? Ich f*** dich. Ich kann mich noch nicht schießen. So ein Wichser, Digga. Du hast Ausflug, Koikoi. Ja, wahrscheinlich. Koikoi. Koikoi. Und Nils ist tot. Ich hab Nils, ich muss zugeben, zu gut getroffen. Ich schwöre mit diesem Granat. Ja, Controller halt. Ich schwöre, das ist so lang her, dass ich getroffen hab, Nils, Mann. Ich bin nicht zu schlecht. Hey Nils, jetzt mach nicht den Ehrenlosen. Nee, ich hab keinen Bock einfach mehr. Ich weiß, war das ja auch ganz lustig, aber er hältst du euch nicht. Ja, weil ich dich immer in den Granaten geholt hab. Und weil ich deinen Spot da weggemacht hab. Nö, nicht deswegen. Einfach nur, weil ich kein Bock hatte einfach mehr. Arne, du kannst ruhig noch weiter spielen. Ich tu jetzt nur diesen Edit kurz machen. Ja, okay. Wo hast du vorhin? Äh, Sendlinger Tor wieder. Immer noch. Der Endpost. Der Endpost ist leider weg. Ich hab den Endpost schon besiegt. Echt jetzt? Ja, Mann. Ich hab ihn mit zwei Haftradaten geholt. Echt jetzt? Ja, Mann. Der Endpost, Digga. Junge, der Endpost, Alter. Ich schwöre, wenn der kommt, ne? Wir sind alle froh, Segger. Wie er sich sagt, der Endpost, Mann. Digga, wie komm ich da hin, Digga? Ich bin jetzt Junis-Zentrum, Digga. Ich bin schon... Ich geh Junis-Zentrum hoch zum Pizzaladen. Da wirst du ja direkt zum Sendlinger Tor gehen. Digga, ich schick dir das Endpost. Die Sendlinger Tor, da wo die Geschäfte sind und so. Ja, und da noch Pizza hat doch da. Da wo ich mich als Stuhl verwandelt hab. Und da ist neben dem Auto, ist da so ein Rift. Da steht der Endlinger Tor darüber. Ja, wo ist denn hier Pizzaladen? Da rechts, wo der Brunnen steht. Da, wo der Brunnen steht. Da geh mal zum Brunnen und dann... Da musstest du ihn dann reinziehen. Ah, hier, 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 ja, ja. Und wo ist hier ein Rift? Ja, neben dem Auto. Oh, Shannon. Also geh, äh, geh raus in den Pizzaladen und äh, sofort in den Pizzaladen. Naja, ich helfe. Okay. Ich mach warm ab mit. Oh, Mann. Wieso? Du hast mich geschehen. Ich hab dir in den Pizzal envolken. Was ist denn los? Ja, du bist nicht los. Wie ist denn los? Ja, was soll ich machen, wenn hier so zählt, dass Raketen auf mich fliegen, Alter. So, hast Bock, gleich ein bisschen Team zu spielen? Ja. Was, 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 was? Hört? Ach man, das war zu klein. Wir werden gleich noch ein bisschen Team. Ja, mach. Das ist mir sowieso nicht klar, Alter. Das kümpte geil mehr da aus, Alter.